Hallo und willkommen zu einer Runde oder Folge PvP. Ich und Chris spielen hier und man kann hier so eine Quest machen. Unsere Quest ist eine Rasse auswählen und ich stehe hier in den Rassenauswähler und wir können unsere Rasse auswählen. Jetzt klicken wir nochmal rauf. Wir haben das gestern schon mal angeguckt. Leck ich immer noch so hart oder leck denn? Nee, also eigentlich. Jetzt. Okay, also wir haben uns gestern nochmal angeguckt und dann habe ich Chris gesagt, eigentlich können wir ja auch mal eine Aufnahme machen, ob es uns gefällt. Weitläufer, Klicke um Informationen zu halten. Mit welchem Klick denn? Rechts, links? Hast du schon was ausgewählt? Chris? Ich habe mir das gerade mal durchgelesen. Wie denn? Was hast denn geklickt? Ja, ich habe einfach irgendeinen angeklickt und dann steht da im Chat was ist. Och du meine Güte. Händen, das ist so, was man hier drüben, die beiden anderen anderen ähneln haben. Habe Augen. Aber ich kann die Quest mal weggehen bitte. Weil es ist ja nicht so. Im Umgang mit Fein und Bogen, dass ihre Feinde auch hier und dem Unfall kommen. Weiter, wir sind Freunde der Natur und können sich hier auch immer von anfassen. Aufgrund ihrer... Ach, oder ihrer dünnen Rüstung sollten sie allerdings schon mal krampfen. Eieieiei. Also ich bin Magier. Magier, bist du Fernkämpfer denn? Äh, denke ich mal. Das ist so scheiße, ich will auch Fernkämpfer werden. Egal, aber ich auch. Ich bin auch Fernkämpfer. Muss ich da jetzt Rechtsklick machen? Ich muss in den Chat bei Rassewählen klicken, wenn ihr es angekündigt habt. Oh, kann ich wieder nicht lang klicken? Ach so, da. Rassewählen. Cool. Rassewählen. Ich bin der Waldläufer. Jetzt... Oh Chris, wir sind ganz weit voneinander weg wahrscheinlich. Nicht der Waldläufer. Du bist hier grad auf so'n Ba... Ich kann nicht... doch ich kann grad schon springen. Alter, wie weit ist denn das hier hoch? Musst du auch so'n komischen Baum hochrennen? Ja. Warum wartest du nicht auf mich? Ich muss hier auch grad'n Baum hochrennen. Aber ich bin gelogen. Äh, ich verlobe den Lehrmeister steigen. Der Waldläufer. Alter. Hast du mit dem Lehrmeister reden? Ja, uuuuh, für 60 Pfeil und einen Punkt. Du hast dich für den Weltleufer entschieden. Geil. Und jetzt? Ja, Trainingsleiter. Also, ach so, warte mal. Wieder nix fest. Hol' ich den Kompass. Boah. Ich fahr' auch lang, wo ich grad' lang muss? Ich weiß nicht, ich bin grad' zum Trainer. Okay, du lägst grad. Äh, leck' grad. Ja, okay, du musst auch langwarten. Oh mein Gott. Yeah, yeah, rumbacken, rumbacken, rumbacken. Ja, das find' ich auch scheiße. Ja. Okay. Dann komm' auch seit Kiel lang. Ich weiß, du musst... du rennst auch gerade genau. Aber der Server lägt grad'n bisschen. Schreiben die euch die ganze Zeit schon ins Chat. Weil ich kann grad' nicht reden. Ja, sollen sie alle runtergehen, der lägt jetzt nicht mehr. Mein PC war grad' super, ey. Der hatte nur ne Leistung von 1,17 GHz. Super, da konnte ich super spielen. Wie bitte? Da hat man gelaufen. Alter, wie das lag. Ich backe wieder rum. Okay, ich kann den an einer Stelle rumrunnen. Machst du, musst du, äh, buggst du auch manchmal rum? Ja. Okay. Falle, Gold, 1,2,2... Ne, brauche ich nicht. Ojo, da ist ne Brücke. Marktplatz. Alter, hör doch mal auf. Oh, danke. Und hier rein? Nein, Alter, wo muss ich denn hin, bitte? Ah, ich glaub' hier hinten ist es. Ja, der zeigt eindeutig daran, ey. Hallo. Und jetzt packe ich noch kurz davor wieder rum, danke. Trainingsleiter. Klicke auf den Trainingsleiter, um die Informationen zu lesen. Willkommen... Hm. Ja, fang geben. Alter, ich möchte es mit dem Freund spielen, erstell eine Park-Key. Um eine Park-Key erstellen. Level, Fertigkeiten, Slots und... Fine. Nein. Irgendwas. Level. Na gut. Scheiße. Alter. Also, der beliebe Rasse kann... ...durch das er nur von einem 4-gelevelt werden. Na gut. Ja, aber von den Julien von Monstern, dass wir anderen verwandeln... ...beziehungsweise verheiratet werden. Okay. Beginnen... Alter, könnt ihr mal aufhören, so gut Schätze schreiben. Beginnen von Level 2. Und kann dann eine Rasse maximal mit Level 2-gelevelt werden. Nö. Aber jeden Tag, werdet der Spieler mehr Neben-Mana und Außerung krass. Ja, außerdem hältst du bei jedem C Level 1 Fertigkeiten. Okay. Fertigkeiten. Mach doch mal. Das lag hier einfach. Lagst du eigentlich auch oder bist du schon gar nicht mehr da gekommen? Ich mach da, ich bin am lieben. Okay. Das ist aber voll scheiße, dass immer da Informationen gibt. Aber jetzt kannst du dann wieder das lesen. Boop. Ich kann auch den... Kann auch den Musik sehen, was er angenommen hat. Das ist der Zeitpunkt. Und ich muss den Mann auf dem Topf. Und ich habe einen Mann auf dem Topf. Und ich habe einen Mann auf dem Terminal. Und ich habe einen Abkling. Abkling. Zeitpunkt. Und du bist dann. die 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 3 seltenstufen einfach selten oder legendär das letzte zu etwas das hat den den der den die ja und vor Ort hier muss man den die Wenn du meine Fähigkeiten und meine Fähigkeiten bekommst, kannst du diese auf Items finden und kannst du auf dem Gefehl den Gefehl tun, in dem wie ich oft öffnende und in der Tat befinden will, den du für den Gefehl gewesen hast. Meine Fähigkeiten, die Fähigkeiten und die Gefehl haben, kannst du die Gefehl tun, wenn du schnelle Hilfe benötigst oder besuch unsere Website. Warte mal, wenn ich jetzt Party, Party in Weiten haben, lädt ein Spieler der Party ein. Wenn ich gerade angerufen bin, kann ich mal lassen Anrufen, weil ich immer mein Handy, warte mal ganz kurz. Nee, okay. Mach mal, A, T, M, A, T, M, A, T. Ist da eine Standardfähigkeit auf den Einzelnen? Ich hab doch keine Standardfähigkeit. Halt mal still, den muss ja nachher schauen. 4, R, R, D, M, 4, M, 9, 7. Okay, ich mach mal Party, Accept, oder? Sag mal. Party, Accept und den Reibach. Kann ich dich ja nicht angreifen. Ja, das ist einfach nur durchlegen. Quest, ach so, hier Quest. Ah, ne, Mann. Wo? Wo? Nehmen ein Item in die Hand. Binde. Och, Alter. Geht doch mal Standardfähigkeit auf ein Item. Okay. Binde, wähle Schuss aus. Nur einen Linkstick, aber ein Handwerk. Und was? Lass mich nicht mehr spinnen. Ich hab ne Hand mal. Binde. Und denn? R, L, R. WTF, was ist denn jetzt für ein Sprintenschuss? Der Anwender verschießt ein Feilwärtchen, den Gegner verlangsamt. Der Anwender hält einen Geschwindigkeitsschuss. Ja, für mich ist Geschwindigkeit besser. Finde ich ja. Aber wenn ich jetzt schieße, krieg ich einen Geschwindigkeitsboost. Ach, das R muss ich auch noch mit reingehen. Okay, wann kriege ich jetzt einen Geschwindigkeitsboost? Aber der Restblick... ...ääh... Irgendwie bin ich hart verrührt hier. Nähmal ein Item. 9 Restblick. Hab ich das. Hier, meinen Bogen. Ich versteh es nicht. Hat Feuerball benutzt. Alter, das ist so scheiße, das ist so lag. Ich muss jetzt wieder meinen Kompass wollen. Wo ist denn mein Kompass? Ich hab jetzt das eingesetzt, alles und das ist gleich ein Kompass. Ja, ich muss immer noch binden, wie hast du das gemacht? Sag mal. Ach, Slash, Bein und dann mit Rechtsklick, also R oder L. Dahinter noch Slash. Hab ich doch, aber jetzt hab ich's anklopft, ja? Dann mach ich Schluss, okay. Questtraining, führe deinen Standard einmal aus. Hab ich jetzt erledigt, oder was? Das bin ja auch eine Gegend schon hier anklopft, für was geht das hier. Okay. Einmal keinen Schuss benutzen. Okay, ich wollte eigentlich das andere nehmen. Dritte Quest. Findier. Da steht Chris. Magplatz. Okay. Folge dem Kompass. Ah, jetzt ist mein Kompass wieder da, ich bin dir grad nur gefolgt. Hahaha. Musst du nur gar nicht für uns, das gibt's mir auch. Handeln mit anderen Spielern, oder so. Ähm. Hallo. Na, was machst du hier? Ich bin Dio. Ich bin Elise, alle... Ooooooh. Die Welt. Ich fühle das so viel, ey. Die werden hier noch in drei Regionen, und vorne ein Kampf ohne und die Welt. Jetzt vorne ist die einzige Person, ohne Service hier, kann weder gebaut noch bekämpft werden. Eben. 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 Hier hinten an. Eben. Ich hab' den Film gemacht, dass ich mal so ein bisschen versiedeln kann, wie ich dann würde, so wie... Wie... so wie... ...spieler... ...und... ...HOME-PAUSE UUUUHHHHH ...HOME-PAUSE 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 Alter, warum ist das so... ...Hier ist die Eingemünde so viel Scheiß? Ich könnte das bei den Film-PAUSE ...Hier ist der Film-PAUSE ok und Wuttefag wo sind wir ich habe voll viele ich habe Blöcke in meinem Männern und ganz viele Pfeile und noch einen Bogen und S was du so nennen ähm Flash Wind Air mach da den Feuerzeug raus und Flash Wind Air im 8 Alter ich bin nicht vom Server, nein hör auf damit danke da findet sich jetzt so eine kleine Filmkette so du hast den Befehl ah jetzt diesen ganz leichten Schnellkett wo bist du denn? sein wenn er nach oben wird hier vertreten weil durch die Hälber aufbauen die an der Wettbewerb bei der Schmamm-Gesieber um am liebsten gehen und so ist es hat es geht um zu machen der Schmack an der Stelle Teleportiert Kampfsson von Kampfssonen gehen ich würde sagen wir laufen einfach durch oder? ok wir laufen ich muss mal ganz kurz gucken ok 13 Minuten also am Ende der Kampfzone war doch die Wildnis, wa? und der Farb, was passiert? uiiii ok 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 über die zweite wurde ich überhaupt nicht teleportiert äh gespustet alter und jetzt mag ich hier vor also ich bin eigentlich rüber gesprungen dann wurde ich voll teleportiert ok ich bin direkt rüber gelaufen und nichts passiert ah du hups hier da musst du auch drauf spielen ja muss ich oder halt gleich danach alter jetzt backe ich in der Luft rum aber wenn man in der Luft rum backt ist immer das dumme man kann vom Server gekickt werden weil fliegen ist nicht erlaubt das ist ziemlich arschig warte, jetzt wurde ich voll zurückgepackt losmenge in der Luft? oh ich auch, willkommen im Club oh ich bin rausgeflohen ja jetzt sieht man was da passiert wenn man hier schieten will ne was ich mir jetzt ganz leicht zu dir floppeln kann ich weiß nicht uuuu der Schnelligkeitsbooster ich bin wieder da er hält aber nicht grad viel irgendwie Schnelligkeitsbooster 1 und dann irgendwie 4 Sekunden oder 3 aber nicht grad geil warum reicht denn so wenig Mana? alter achso, da 50 ich hab 50 und du? ich hab auch grad 15 ich bin jetzt halt 16, 17 alter wo bist du denn? bist du weitergelaufen? äh, ja ich bin hier unten so, also wir sollten vielleicht irgendwie ins Wildnisgebiet gehen vielleicht kann man sich da auch ein Schwert machen warum hab ich eigentlich als Waldläufer da stand doch ich hab keine gute Rüstung ich hab ne Eisenrüstung hat doch jeder hier eigentlich du hast auch eine ja, das ist ja keine gute Rüstung naja, aber was willst du denn noch haben? gleich Diamant oder was? naja, Diamant auf den 5 Ultra-Hawk ja ok nein 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 ich fliege geil und 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 werd ich gekickt, werd ich gekickt? ne ach Alter vom leckern das war ich doch so ja, das war sonst immer viel besser aber wir lassen uns von diesem Kacklecks nicht abhalten ich fliege schon wieder ich fliege? ne oh, ich wurde zurückgeportet oh, ich hänge, ja hast recht, ich hänge hui wo bist du auch da hinten? hallo ich bin hinter dir ich laufe nur noch ganz normal, weil ich bin die Flöge so nicht hin Alter, das leckt so hart ja, ja ah ja Alter, wir hätten echt mal uns kiloportieren sollen die Kampfzone beginnt aus hinter dieser Linie nein, wir sind doch in der Fahrt nicht ich wär kannst du dahinter deine Fähigkeiten einsetzen? ich kann hier meine Fähigkeiten schon einsetzen ja 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 ich brauchst du keine Ausdauer dafür, weil du mich verarschst, ich brauch Mana ja los, komm her Mann, wir müssen uns decken komm krass Kampfzone Ost auf nein, ich werd geschossen ey, wie kann ich eigentlich so wenig Aufdauer haben? aufdauert? da warst du schon bei Ausdauer darf ich? nein das nur bei Ausdauer, da ständig null what the fuck, alter nein, ich hab da 50 ich hab dich angeschossen ich hab dich angeschossen aber es hat so geleckt irgendwie 5 Sekunden später oder 10 Sekunden später bist du weg gewesen und ein Pfeil ist angekommen yeah kommst du dich von hier runter alter okay, ich häng in der Luft homesinciere so hart einfach gerade ich würd jetzt gern in die Wildnis gehen oh Penn ich versteh bloß nicht warum ich meine Zauber, die ich nicht einsetzen kann dafür auch alter läuft mal nicht so schnell ich weiß grad nicht, ich trag merke nur vor mir weg von 2? Grund, ich häng glatt nördlich. Sag mal, mein Ping ist eigentlich wieder ganz stabil. Muss ich sagen, also der war schon mal schlechter. Ja, aber ich bagge trotzdem weiter, alter. Ist doch nicht normal gerade, was hat jetzt Server für Probleme? Weiter zu. Wer hat Skype? Gar keiner. Wow, hast du gerade geschossen? Ja, ich verstehe nicht, warum ich jetzt da auch, wo ich das umgelegt habe, habe ich das immer nicht vergessen. Was ist hier? Alter, ich wurde geschossen. Ich höre immer Pfeile einschlagen, aber ich sehe niemanden. Oh mein Gott. Warum habe ich eigentlich Fernkämpfer genommen? Ich glaube, ich bin im Nahkampf besser. Egon! Was passiert denn hier? Okay, okay. Weil der was habe ich vorher. Kisten? Kann man die Kisten öffnen? Wo bist du? In einem Haus drin. Alter, wir können die Betten ab... Wir können die Betten nicht abbauen. Lass mal dann wieder am Grund der Treffen, ja? Weil ich doch keine Ahnung, wo... Wieso kann man die Betten hier nicht abbauen? Ich dachte, wenn man die Betten zerstört, ist das Born von denen weg. Ja, aber das ist doch nur in der Wildnis so, oder nicht? Keine Ahnung. Ich muss ja den Arsch liegen. Kann ich ja mal mein Bett auch neben denen packen. So, also, ich bin wieder am Brunnen. Was ist denn? Ähm... Ein Gegner! Oh my holy goodness! Ein Gegner! Ein Gegner! Achso, immer wenn ich rechts klicke, benutze ich Schuss. Okay, das ist vielleicht auf dem Bogen nicht ganz so geil, dass ich Schuss auf Rechtsklick hab. Dann muss ich mal hier... Äh... Äh... Ne... Doch... L... ...weinen... ...Sprint nehmen... ...weinen Rechtsklick... Nämlich... Warte mal, das ist doch genau der... Warte mal... Was hab ich jetzt ne... Das war rechts. Will ich Schuss haben. Links... Möchte ich... Schuss haben. Richtig. Okay, Reiberkartenschutz genutzt. Sprinten. Okay, super. Achja, alles gut. Also, ich kann's irgendwie nicht umändern. Bei mir bleibt es auf der 1. Okay, lass mal weiter rennen. Wo ist denn der Weg? Wo ist denn der Weg? Du schießt doch. Ja, aber auf der falschen Taste. Irgendwann. Haar, voll abgeprallt. Äh, ich kann ihn nicht angreifen, Junge. Ich wollte ihn so gerne angreifen, Alter. Ähm... O... Okay... Oh, ne, Alter, er schießt! Hau doch mal den Deck um! Ich glaube aber, er bugt gerade. Okay, er legt zumindest. Warum schießt du eigentlich die ganze Zeit? Echte Scheiße finde ich das, was auf der Taste. Warte mal, hier ist die ganze Zeit ne Mauer. Aber hier kann man nix abbauen, oder? Ne. Woaaaaa... Alter, hör auf zu lenken. Okay, ich geh noch... Wir geh nochmal aus die Mauer raus, falls du noch hintergehend bist. Okay, bist du nicht. Ich bin auch grad wieder zum Grund. Alter, du stehst bei mir da noch rum. Jetzt da bist du. Hallo. Ich hänge da. Hallo. 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 Link, rechts von dir. Oh. Äh, es sah grad crazy aus. Du stehst da und plötzlich bist du voll nah. Bist du vielleicht der Slender Moon? Du meinst in der Lizard, ja. Hier sind wir hergesprungen. Ja, ich weiß aber, hier geht ja noch der Weg. Weiter unten. Vielleicht führt er uns endlich mal in die Wildnis. Man ist ein geiles Frühstück. Eigentlich müsste das schon krass Wildnis sein, ja. Ne. Jetzt ist das aber nicht. Oh, Juhu, hör auf zu backen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, weil es bei anderen Beinkostwerden war nicht. Wenn sie überfüllt sind oder längst. Die ist ja nicht mal überfüllt. Guck die andere Server an. Da sind irgendwie doppelt oder dreifach so viele drauf. Und der ist ganz easy. Wie wird das? Da bleibt man ja auch irgendwo nicht in der Luft. Wie wird das? Lauf doch nicht so schnell. Ich bin dann auch nur ein Magier. Ja, Magier, eigentlich müsstest du so deporten können. Ja, ich bin Level 1, das verlangst du von mir. Hör mir mal eigentlich Monster kommen. Ich dachte, hier kann man fahren. XP fahren oder so. Ne, wir sind doch noch gar nicht in der Welt. Ah, seid ihr? Ich glaub's mal falsch an. Vielleicht. Ja, wo beginnt denn die Dreckswildnis? Guck mal, jetzt ne Höhle. Ja, aber da kann man eh nix abbauen. Alter. Alter, nicht getroffen. Oh, ein, drei. Jetzt lag da jetzt. Bist du, bist du, bist du in den Dürfen gleich? Ich fahr direkt hinter dir. Warst du nicht gerade vor mir? Ja, aber ich bin dann nochmal zur Höhle gegangen. Und bin die ganze Zeit hinterher gerannt. Ist doch, ey. Ja, was will ich? Ach, jetzt den Baum. Kannst du? Ich kann grad nicht schieben. Weiß ich nicht. Ich kann grad nicht schieben. Ich würd dir so gern einmal. Alter, jetzt, jetzt ist es geil bei mir. Oh, Disco, Disco. Aber egal. Soll uns nicht stören, ne? Warte mal, wie lange nehm ich auf? Okay, 23 Minuten. Okay. Machen wir mal die Folgen ungefähr 20 Minuten lang, Chris? Können wir machen. Okay. Dann würd ich sagen, das war's für dieses Mal mit dem Leckgestammeln. Und wahrscheinlich nehmen wir gleich noch, weiter aus. Ja, ich bin drüber dann da frei. Oh, da sieht man... Irgendwie so lektisch heißt so. Und der Chris ist weg. Okay, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.